leute ich bin mittendrin im tutorial für das komische dorf hier für das nachtdorf und ja ihr habt ja gesehen 200 gems das mache ich jetzt nicht beziehungsweise ein gem das machen wir mal nicht und hier können uns erst mal wieder lassen also ich habe mir mit dem frei hier das nachtdorf erspielt aber ich habe noch was viel viel schlimmeres gemacht ich habe nämlich gerasht das werdet ihr gleich sehen ich habe gerasht das ist das allererste rathaus dass ich überhaupt mal rasch hoch hoch hoppla wo kommen die denn her das müssen wir mal eben so ein bisschen fixer machen aber wer das schon länger nicht gesehen hat wir müssen also was forschen hier dann machen wir das auch mal dreieinhalb direkt verbessern ja auch kommt ein gem egal truppen hauptlinge können nicht was truppen fragezeichen hauptling deine talente könnten sich hier als nützlich erweisen okay gucken wir mal wie nützlich meine talente hier sind gegen diese harte base hier das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht muss ich sagen das habe ich echt ewig nicht mehr gemacht und hier ist auch tatsächlich keine falle das heißt wir kriegen den schon mal zu 100 prozent mal sehen ob das auch für den erfolg hier hier zählt den man im moment machen muss beziehungsweise für die für die quest also für den für das event wo man ja 800 prozent zerstörung macht um eine fette rune zu bekommen nehme ich die in der bilder base und nein die greifen uns auch an okay 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 aber wir haben gesiegt hier so ein glück und der war ja echt schon stark war hat auch gerasht hier die balance kriegt man nämlich erst ab weiß ich gar nicht bh7 oder so und okay du bist der meister chef koch hier jawohl jawohl wunderbar häuptling hier gibt es echt viel zu tun oder sag mal hier gibt es viel zu tun und viel zu raschen was können wir denn hier noch mal machen 12.000 brauchen wir davon okay dann verballern war man nicht ganz so viel glaube ich auch wir haben wir gar nichts ja nichts wir haben nichts hier okay die eine falle kann ich die setzen naja die kann ich die kann ich glücklicherweise setzen okay dann hauen wir die mal hier hin und dann gehen wir noch mal angreifen hier mit unserem paar barbaren ist ja jetzt wirklich auch und der hat eine harte base scheiße der hat schon harte base hier ah Mist der hat eine harte base mal gucken der hat eine harte base hört sich zwar witzig an aber zu anfang hier ist 15 prozent schaden nicht so nicht so gut alter falter das geht ja gar nicht okay aber wir haben gewonnen er hat null gemacht null okay entweder hat er da was was verloren okay er hat null gemacht und aber sehen wie wir hier durchraschen das müssen wir in jedem fall leveln wir können auch sonst nichts forschen das heißt ich muss glaube ich erst mal die kaserne hier level eine minute vorher kommen die holen wir uns erstmal frei ja aber wir sind ja eigentlich hier und tatsächlich ich habe ein bisschen gerust hier mit dem frei denn ich bin ja gerade so bilder hall 4 gewesen und habe das ding gleich auf 5 geklopft ja wollte ich mal machen wollte ich mal machen ich habe das noch nie gemacht und deswegen war es auch mal an der zeit dass der tote hier auch mal so einen kleinen rusher macht hier russia macht ist gut also ist es schon wirklich schon hart an der grenze würde ich mal so sagen denn was ich jetzt alles nachmachen muss das ist unglaublich viele mit drei bauarbeitern ich bin mal gespannt wie mir das gelingt da sind schon mal zwei fertig und was war hier am dringendsten brauchen dekoration brauche ich ja die brauche ich ressourcen zwei stück noch das werden nur die bauhütten sein okay fallen wir wollen mal die fallen hier raus denn die können wir ganz gut gebrauchen hier einmal da einmal da an der luftabwehr und die nächste falle das sind noch alles sind noch mal zwei bomben das sind noch mal zwei bomben haben wir die mal dahin und vielleicht dahin was haben wir denn eigentlich für eine folge ich habe zwei erfolge hier okay einmal hier ein erfolg und wo habe ich noch was ach da ich schalte die schleichschützen frei ja auch nicht schlecht solltet ihr machen das nachtdorf in jedem fall bespielen ist keine keine schlechte schlechte sache das können wir gleich hochklopfen obwohl ich noch nicht alles geforscht hatte naja seht ihr ich habe noch nicht alles geforscht hier labor muss hoch wir müssen die truppen oben haben und das ding muss auch gleich wieder ein bisschen höher gehen aber ich glaube wir haben hier noch ganz ganz viele verteidigung nämlich diese hier 25 stück mal schauen wo wir die anfangen hier ich würde mal sagen wir fangen die da an ja ich musste noch mal noch noch mal gerade checken es sind ja 25 hatte ich ja jetzt gerade vor so ein paar tagen erst erst neu rein bekommen und ich bin jetzt wirklich mal gespannt wie wir den hier aus dieser russia zone rauskriegen bevor es ganz ganz schlimm wird halte machen wir glaube ich die machen wir glaube ich noch einen näher ran na komm reihe wählen ich glaube die machen wir mal so die beute stellen wir mal ein bisschen nach da dass da kein loch ist so sieht das ganz gut aus obwohl das nicht so richtig parallel ist naja das auch doof da muss dann müssen wir daran arbeiten an der synchronisation hier und ein haben wir noch frei was können wir denn noch tun verteidigungen was ist hier wichtig was ist jetzt wichtig ach das dauert ja alles nicht lange schönes kanönchen hier und einen bogenschützenturm gleich noch okay das lager ist gleich fertig das ist unheimlich wichtig leute die armeelager dass wir die schon mal haben hier auch in unserem russia dorf und ich gucke mal gerade ob das hier die 15 prozent haben tatsächlich hier zu dem fortschritt beigetragen und das ist das ist nicht schlecht hätte ich jetzt gar nicht mal so gedacht aber ich habe jetzt natürlich elex ausgegeben und da kommt mach mir die meisterhütte da fertig 1 2 3 1 zack jo da haben wir wenigstens stern der ist ja nicht schlecht und an prozenten 29 prozent oder das wird dauern hier 800 prozent mit dem kollegen hier das wird mal eine richtige marke entschuldigt das wird mal eine richtige marke 28 prozent aber es zählt hier drauf gott 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 alter falter was machen wir da denn wir kriegen noch ein armeelager glaube ich raus für 12.005 minuten ich denke mal mal gucken wir greifen immer mal wieder zwischendurch an denke ich mal und wollten uns auch noch aus dem shop was rausholen noch eine verteidigung hier ich habe den anderen bogenschützen so gut wie nicht gelevelt und hole jetzt schon den nächsten raus ok dann greifen wir mal an an die wir haben noch gar nicht alle truppen 80 80 ist noch ein bisschen wenig das lager ist immer noch nicht fertig kommen wir mal fertig und jetzt haben wir 100 truppen 100 truppen ist schon mal nicht schlecht das armeelager soll in jedem fall ein wenig weiter leveln wir können auch mal anfordern ist egal eigentlich egal egal die klammbruch habe ich aber schon mal 15 hoch das nicht schlecht jetzt muss ich aber eben mal ein dörfchen laden und warte mal wer ist denn das eigentlich der schief jo cw ist voll es geht los hier wir mit dem frei hier wollen wir jetzt mal richtig richtig was rein farm 100.000 beziehungsweise alter falter da bleibt uns ja gar nicht ich glaube wir müssen erst ein bisschen was ausgeben hier ich glaube wir müssen eben mal ein bisschen was ausgeben dann machen wir hier mal die 25.000 und dann holen wir uns mal eben die mauern hoch dass wir hier ein bisschen was ausgeben das geht ja gar nicht das geht ja gar nicht die sind jetzt auf warte mal die sind auf drei und die sind noch auf zwei alle verbinden ja das kann ruhig machen das können wir ruhig machen das elex sparen wir glaube ich mal warte mal elex elex für ein lager doch das das hauen wir uns auch hoch mann 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 also ich habe jetzt etwas nachzumachen und wenn ich natürlich so und auf so ein dorf treffe wie eben oder wie dieses hier sind meine lager ruckzuck voll also erstmal müssen die lager hoch und ich hatte sie auf vier noch nicht fertig das heißt ich muss jetzt erstmal auf fünf auf fünf hoch ballern beziehungsweise auf rathaus fünf oder ist ganz gut hier den können wir mitnehmen mal sehen ob der was in der klanburg hat ich habe die tage auch immer wieder mit denen mit denen hier angegriffen warte mal wo gehen die hin na die pass das passt ich habe immer wieder mit den mit den kobolden angegriffen das problem war sobald eine klanburg raus gab habe ich aufgegeben weil das geht gar nicht sobald ein bisschen klanburg rauskommt jetzt teilen sich die hocks hier ok mal sehen dann nehmen wir mal ganz viele von denen von den grünen hier rein die jetzt auch in die base reingehen da ist der hock noch da ist auch der hock ist schon die ist schon etwas stärker als die die ich im event gemacht habe und komm 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 macht den bogenschützen tun ach das sind noch zwei stück alles klar okay glück gehabt also ich habe früher wirklich ein bisschen anders gefahren da hatte ich aber auch keine mit den kleinen accounts überhaupt keine clans habe ich erst mal ein bisschen alleine rumgeeiert das mache ich nicht mehr aber er hat ja gesehen die diese folge oder letzte woche war eine folge vom frei diese woche ist das schon wieder ein rathaus weiter also es geht echt schnell aber ich muss mich natürlich jetzt auch ein bisschen sputen ich will jetzt erst mal die mien und sammler hochballern so dass wir das möglichste rausholen wenn es darum geht zu sammeln wenn wir nicht da sind so würde ich mal sagen aber auf rathaus level fünf da gehen die bis auf zehn glaube ich hoch dass wir das wird eine richtige durchstrecke leute das wird eine richtige durchstrecke hier mit dem hier denn ich hatte sie ja auch viel noch nicht mal annähernd gemäxt man 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 es schön wäre übrigens wenn man wenn man hierzu zum ende in sind in den toten toten dörfern auch noch die die jambox bekommen würde oder so wenn man sich loten könnte aber das ist echt heavy das ist echt heavy die mien und sammler gehen hier auf rathaus 5 bis auf 10 hoch den nächsten bauarbeiter schicken wir aber denke ich mal hier auf das lager denn der braucht gebraucht auch nur eine stunde gibt zehn truppen dabei das ist in jedem fall top und wird aber ein bisschen dauert drei stunden drei stunden sieben stunden das macht aber nichts wir haben hier reichlich zu tun also ihr seht dass wir hier mein urlaubs account da geht was da geht was alter 100 prozent hatte mich gepackt okay naja aber alle alle oder fast fast alle dörfer sehen so aus wie konnte der mich 100 prozent schaffen ist mir echt ein rätsel und das auch mit mit nur vier hatte ja auch nur vier stück muss ja noch mal nachgucken weil ich schaffe hier mal gerade so immer meine 29 29 prozent mehr pack ich hier gar nicht wie konnte der bei mir eben mehr schaffen warte mal hatte der hatte ja schon mehr truppen er hatte auch vier stück auf zwei wie konnte der mich auf 100 prozent weg ballern der kommt doch hier der kommt doch bestimmt durch die lücke da okay da fliegt ihm auch nur einer weg ich habe ja auch erst eine verteidigung okay das nicht gut das nicht gut dann machen wir das auch mal so wie wie die das alle machen die machen das da nämlich zu und irgendwo hier ich würde sagen wir platzieren da mal die sprungfalle dass das nicht mehr vorkommt und auch der braucht schon wieder so lange hier der bestimmt schon schleifschützen oder naja der hat schon schleifschützen okay der haut uns 100 prozent rein naja ja 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 dieses nachthof hier naja wisst ihr aber ich spiele es nicht ganz so gerne aber was willst du machen was willst du machen es gibt ein paar gems deswegen spiele ich das nachthof eigentlich und das ist genau so einer hier mal sehen ob der da die falle hat okay die hatten machen dann hat er die falle an einer anderen stelle und gleich ist alles essig hier mal sehen ob wir jetzt 100 prozent und ich weiß leute es nachthof aber lasst mir den spaß hier und das sind halt die beginnerzeiten von clash of clans nachthof spielen so hat alles begonnen und ihr könnt euch sicherlich noch mal daran erinnern oder wollte euch nicht oder wollte euch gar nicht daran erinnern ich habe auch die tage wieder jemand gesehen rathaus 11 oder 12 noch kein nachthof angefangen das boot liegt da noch und noch kein nachthof angefangen ist natürlich auch krank muss ich mal so sagen das ganze die ganze zeit das ding hier echt nicht zu spielen und jetzt können wir das aber raushauen hier für die vier gems das machen wir fertig und dann haben wir hier glaube ich ein paar mehr okay dann muss man jetzt auch mehr machen ich weiß wir haben jetzt ein paar gems raus gehauen aber immerhin ist das schon so verteidigung wir hätten schon ein bisschen was bauen können für die verteidigung hier sehe ich gerade da geht es nicht hin da könnte es hingehen deswegen nehmen wir das hier mal glaube ich weg packen das da mal hin so passt das so passt das hier aber wieder in dies geschehen hier naja ok was kann ich mir jetzt eigentlich freischalten lassen ich muss mal eben schauen ich habe glaube ich alle drei kasernen schon ein weiter der ist sechs hier eier die sechs okay da haben wir ja ich kann den magier machen ich kann den magier machen das ist cool zwölf stunden 240.000 hier gehen noch gar nicht so viel rein doch da gehen 245.000 rein alles klar kurzer weg hier beziehungsweise kurzer cut ich muss eben mal eine minute 40 sekunden warten dass ich wieder warte in die klanburg kriege das ist ein cooler gegner also ich bin zuversichtlich dass ich die party magier mir oder dass ich mir die party magier noch erspiele ich gucke jetzt mal ob der irgendwas in der klanburg hat auch wenn er ein komisches dorf hat hat er nicht dann nehmen wir hier wieder unsere hog rider die gehen auch direkt auf den minenwerfer da und ein wenig von den anderen truppen hier aber der musste diese komisch ganz rum schicken hier die kobolde na das ist auch ein bisschen doof so ein bisschen doof aber ich einmal so ein bisschen in die runde geschickt hier mal sehen ich will nicht alles verbrauchen geiz ist geil also ein bisschen sparen können wir hier in jedem fall in diesen dörfern hier und das ist in jedem fall also wenn wenn ihr diese folge seht dann haben habe ich dir bestimmt schon wieder ein bisschen weiter gespielt und wird auf den guten weg hier die party magier und die 150 gems mehr einzuheimsen denn der account soll ein bisschen wachsen ich will den zweiten baarbeiter haben aber erst mal das lager hier wo haben wir da noch was ja und das lager auch zack jetzt haben wir die auch schon fast voll wieder da oben ich mache hier auf jeden fall mit den kobe ist denke ich mal weiter die sind jetzt auf zwei die gehen allerdings auch im labor art nee da gehen sie noch nicht hoch aber demnächst gehen die da hoch mal sehen vielleicht auch die balance oder so ich hoffe es hat euch auf jeden fall aus diesem komischen dorf hier gefallen vom rusher frei hier also das erste mal gerasht ich habe noch nie gerasht leute das wirklich das erste mal ich habe auch ein schlechtes ein ungutes ein gutes gefühl ich muss jetzt unendlich viel nachholen allein wenn ich daran denke dass die ginger hier auf 10 gehen mal sehen wie wir das machen ich kriege das sicherlich irgendwo hin die 1000 gems das wird ein bisschen schwieriger hier rein zu holen aber schaffen wir schon ich hoffe die folge gefallen wenn ja dann lassen wir einen daumen nach oben am ende da und dann sehen wir uns sicherlich in weiteren folgen wenn es wieder heißt der toto clasht